Die Ukraine befindet sich seit Ende Februar im Krieg mit Russland. Ein Ausnahmezustand, der Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky an seine Grenzen bringt. Was viele gar nicht wissen, der 44-Jährige war vor seiner politischen Laufbahn Schauspieler, Komiker und sogar Let's Dance Star. 2006 gewann er gemeinsam mit Profi-Tänzerin Olena Schoptenko, 34, den Tanzpokal in der ukrainischen Version Dancing with the Stars. Am Freitag, dem 20. Mai 2022. Stattet Zelensky J's Ex-Tanzpartnerin Olena unseren Let's Dance Stars im großen Finale der Jubiläumsstaffel einen Besuch ab. Wer wird Dancing Star 2022? Olena Schoptenko ist, genau wie ihr ehemaliger Tanzpartner Volodymyr Zelensky, gebürtige Ukrainerin und somit von den Kriegsgeschehnissen in ihrem Heimatland unmittelbar betroffen. Für das Finale der RTL-Tanzshow Let's Dance begibt sie sich nun nach Köln. Um Matthias Mäster, René Kesseli und Janin Ullmann anzufeuern. Denn am Ende kann nur einer von den drei Promis Dancing Star 2022 werden. Wer den Pokal am Ende mit nach Hause nimmt, zeigt RTL am Freitag, den 20. Mai 2022 ab 20.15 Uhr im spektakulären Let's Dance Finale. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017